Das deutsche Einfamilienhaus. Wir dachten, wir wären darin sicher. Aber dann kam er. Eins, zwei, Habeck kommt vorbei. Drei, vier, er steht vor deiner Tür. Fünf, sechs, nimmt dir die Heizung weg. Sie haben dir das Fleisch weggenommen. Und dein Geschlecht. Jetzt ist deine Ölheizung dran. Denn die Grünen hassen dich und wollen, dass du frierst. A Nightmare on Öl Street. Nachts, wenn der Habeck kommt.